Hey Leute, Alsano hier und willkommen zu einem neuen Video. In der letzten Nacht hat es wieder ein Update bei den Eventnestern in der Naturzone gegeben. Was euch alles erwartet, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Diesen Monat stehen die Eventrates unter dem Motto Pflanzen und Elektropokémon. In Pokémon Schild und Schwert gibt es diesmal unterschiedliche Pokémon zu erhalten. So kann man im Pokémon Schwert die G-Max Form von Schlapfel erhalten und im Pokémon Schild dafür die G-Max Form von Drapfel. Auch G-Max Refix ist natürlich wieder dabei und in seiner Tiefform könnt ihr es in Pokémon Schwert bekommen, seine Hochform erhaltet ihr im Pokémon Schild. Natürlich habe ich euch wie immer eine passende Grafik dafür zusammengestellt. Die Eventrates sind bis zum 1. Oktober 1.59 Uhr deutscher Zeit verfügbar. Vielleicht haben wir auch diesen Monat wieder ein Glück und kriegen ein kleines besonderes Mini-Weight-Event mit einer erhöhten Shiny-Rate wie die letzten Monate. Diesbezüglich halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Bis dahin wie immer viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal!